hallo ihr lieben heute machen wir wieder ein bisschen weihnachtsdeko und ihr könnt schon hier eine wunderschöne skizze sehen und zwar ist das quasi mein bauplan für meinen tannenbaum den ich geplant habe soll nämlich quasi ein bilderrahmen werden mit einem draht tannenbaum ja kurz angefangen an also das ist jetzt hier quasi auch nicht lieber so liegen das ist quasi der bauplan oder zeichenplan besser gesagt für unseren baum dann das übertrag ich mir auf eine unterlage das habe ich natürlich hier schon mal getan auf einem schwarzen blatt papier sieht man jetzt natürlich die bleistiftstriche nicht so extrem gut doch ein bisschen sieht man es ja also habe ich mir schon mal vorgezeichnet und dazu gibt es dann noch gleich den zweiten bauplan denn ich habe mir ja schon überlegt wie es ungefähr anordnen will alles den bauplan selber werde ich euch als fotos wieder hinten ans video dran setzen dann könnt ihr euch das angucken hier mit den ganzen kreisen das ist eine orientierungshilfe ihr müsst euch nicht daran halten ihr könnt das machen wie ihr wollt pipapo aber so als orientierung damit man ungefähr weiß okay wie man jetzt was hinlegen und auch hier dementsprechend mit den ganzen zentimeterangaben was ihr für welche kügelchen quasi braucht kügelchen ja okay schnecken besser gesagt also wie gesagt das ist das was wir dafür brauchen er kommt jetzt erstmal auf die seite weil wir brauchen jetzt erstmal unsere draht schnecken und das restliche material zeige ich euch sowieso gleich also für den draht habe ich genommen 1,5 mm da kann man zum beispiel den ja aus dem action nehmen das ist ja hier dieser für die happy jig beziehungsweise für die visual jig ja ich spreche jetzt wieder falsch aus ich weiß sorry leute na das sind 1,5 mm wie gesagt hier sind dann im paket 5 mm 5 mm drinnen so hat nicht gereicht bei mir ne ich ja kauf wieder mal zu wenig also ihr braucht theoretisch ungefähr drei pakete weil was ich benutzt habe für den ganzen draht waren knapp 12 meter wenn man das alles zusammen rechnet deswegen habe ich halt wie gesagt meinen dann nochmal nach bestellt aber auf einer großen rolle ne schreibe ich euch auch wieder alles in die infobox ne wo wart wie hast du nicht gesehen ne auf jeden fall brauchen wir den und deswegen heute mal wie gesagt machen wir das so ähm wir fangen an mit den schnecken und dann zeige ich euch den rest die schnecken machen an sich ist total easy peasy sag jetzt mal ne ihr nehmt euch quasi die maßeinheiten die ich euch aufschreibe und dann geht es im prinzip los ne schnappt euch ein lineal messt euch zum beispiel jetzt die 30 zentimeter ab dann bekommt ihr eine schnecke von ungefähr einem durchmesser von 2,2 zentimeter also nicht ganz so groß aber passt ne wie ihr habt ne abmessen dann einmal abschneiden mit dem seitenschneider so auf der seite sondern gehe ich hin und mache das so dass ich hier quasi mit der rundzange hier eine biegung rein mache und den nöpsel hier den schneide ich mir ab damit ich eine schöne rundung bekomme ich habe die kamera heute was weiter oben hängen weil das passt sonst alles nicht aufs bild und meine matte ist zu klein dafür deswegen heute mal die schöne holzoptik ne auf jeden fall geht es dann hier im prinzip weiter das könnt ihr hier sehen habe ich jetzt abgeschnitten und dann könnt ihr das zum beispiel hier auf dem finger ich hoffe ich treffe das jetzt mit der kamera vernünftig hier so dementsprechend dann schon mal ein bisschen eindrehen so was ich gerne mache ist um die weiter aufzudrehen nehme ich mir hier diese backenzange die hat ja hier diese dinge um das ganze aufzudrehen wenn ihr die nicht habt ihr könnt auch eine normale flachzange nehmen die müsst ihr dann aber polstern wenn ihr sonst euch den draht kaputt macht wichtig oder ihr macht es halt mit den fingern aber ich bin da nicht so gut drin auf jeden fall klemmen ich mir das hier so ein und biegt mir das dann hier die ganze zeit drumherum und wenn die schnecke was größer geworden ist dauert natürlich ein momentchen so dann könnt ihr auch mit den fingern weiter das ganze aufrollen und wenn ihr die großen schnecken macht dann habe ich das so gemacht ich habe mir die immer auf eine unterlage gelegt und habe dann im prinzip das hier dann immer so drumherum gedreht und ich hoffe man sieht das jetzt eigentlich in der kamera also ihr wisst was ich meine also auf dem boden liegen quasi und dann so gedreht die ganze zeit damit es halt eine schöne schnecke wird wie gesagt ist kein hexenwerk könnte theoretisch auch mit kindern machen also mit etwas größeren kindern jetzt nicht mit so ganz kleinen aber das würde hochgehen so dann haben wir jetzt hier das ende so habt ihr jetzt die möglichkeit entweder ihr schneidet das hier ab oder ihr versucht das dann mit einer zange quasi platt zu drücken oder anzudrücken das ist ja jedem selber überlassen wie hat macht geht man mit der zange hin drückt dazu ein bisschen dran und dann ist fertig so sieht das dann aus gut ja das macht dann so ganz viele davon ich weiß gar nicht die anzeige geschrieben aber auf dem bauplan kann man das sehen also deswegen egal und dann legen wir uns das quasi dann auf unsere schöne unterlage das A4 blatt und den bilderrahmen den ich dazu gekauft habe ist auch ein A4 bilderrahmen vom action übrigens und der ist auch gold und schwarz deswegen schwarzer untergrund und die dekoration für alles ist dann dementsprechend auch in gold gehalten wie gesagt ihr klebt euch das auf ich habe das dann schon mal vorbereitet alles für euch damit das nicht wieder so lange dauert moment sieht dann so aus na also ich habe schon mal festgeklebt habe ich übrigens mit dem flüssig kleber vom action festgeklebt ihr könnt natürlich alles andere nehmen was ihr wollt nur ich bin halt kein fan von heißkleber ihr könnt auch heißkleber nehmen das ist ja eure sache wie gesagt den habe ich genommen um die schneckchen fest zu kleben und den stern der stern ist auch eigentlich eine weihnachtskugel gewesen kann ich euch zeigen da habe ich hier auseinander geschnibbelt und dann mit gold angemalt weil ich hatte die dinger leider nur in silber da und nicht in gold deswegen musste das jetzt sein so also wenn ihr fertig seid mit dem aufkleben kommt jetzt die weitere dekoration und zwar habt ihr hier verschiedene möglichkeiten ihr könnt zum beispiel diese ganz normalen weihnachtskugeln nehmen und die auch halbieren also zumindest die aus plastik ne oder ihr nehmt so styroporkugeln das sind diese hier die habe ich auch einfach damit durchgeschnitten ne dann ist das auch einfacher auch wenn ihr gerade mit kindernass bastelt finde ich das mit den styroporkugeln auch besser weil diese weihnachtskugeln haben halt eine sehr kleine klebefläche und die sind dann immer ein bisschen doof und ja ne ihr sagt ich würde euch empfehlen nehmt da die styroporkügelchen ne die gibt es ja auch in verschiedenen farben und bla 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 ne so gut weiter gehts mit den zwischenräumen die könnt ihr gestalten wie ihr wollt ne also ihr könnt die jetzt zum beispiel freilassen wenn ihr möchtet sieht auch sehr schön aus finde ich oder ihr dekoriert das ganze noch weiter ne muss man halt gucken also ich habe jetzt zum beispiel auch diese kleinen goldkugeln ne die möchte ich dann später auf jeden fall in die zwischenräume einfüllen damit das dann dementsprechend schön aussieht und wir machen jetzt erstmal weiter mit unseren tollen kugelchen ne ich habe mir da ein paar fällige schnibbelt so jetzt muss ich mal gucken da sind sie alle so wir werden aber nicht ganz so viele brauche ich bin nur grad am gucken na also was ich geplant hatte war im prinzip hier so ein bisschen die großen lücken die mich stören abzudecken quasi und dann so vier fünf stück vielleicht zu nehmen und dann zu gucken erstmal wo ich sie aufklebe im endeffekt ne vielleicht doch eher so ne vielleicht noch so eine davon ne sieht auch irgendwie komisch aus ne keine Ahnung so also es muss noch ein bisschen platt sein weil ich dann nachher noch ähm sag ich schon ne Perlenkette aufkleben will genau Perlenkette meine Güte heute wieder Wortfindungsstörungen also für die Kügelchen habe ich jetzt keinen Plan mehr gemacht ne da war ich jetzt ein bisschen zu faul deswegen muss ich jetzt hier mal grad ein bisschen hantieren ne ja doch ne die bleibt auf jeden Fall hier also die große mache ich auf jeden Fall da hin ne da nehme ich auch wieder den Flüssigkleber ne müsst ihr halt nur gucken dass das einigermaßen eben das ganze ist damit ihr dann das auch vernünftig aufkleben könnt so machen wir mal ein bisschen was mehr drauf so ne aber hier ist halt eine Lücke die finde ich ein bisschen doof ich weiß auch nicht warum so ne das kann dann jetzt ganz in Ruhe sich festkleben und dann dementsprechend verteilen wir die restlichen Kugelchen jetzt mal sind schon ein bisschen lidiert die Kugeln sehe ich gerade hab die ein bisschen sehr dolle gedrückt zwischendurch ne ihr könnt das auch wieder mit Heißkleber machen wenn ihr wollt wie gesagt ich bin kein Heißkleber Fan deswegen mach ich es nicht so die kommt da hin und das Stuckelchen kommt nach oben so ja doch so ist ok denke ich mal ansonsten kann man ja später immer noch mehr Deko draufkleben so ist der Nisch so das war jetzt der und jetzt schnappen wir uns unsere ähm Perlenkäste das ist die hier ne das kriegt er ja auch im Action oder wo auch immer und da habe ich mir jetzt mal so Stückchen schon abgeschnitten ne und das mache ich jetzt aber mit dem Schmucksteinkleber fest weil der ist mehr so ja gelartig ne das heißt er hat eine andere Konsistenz und läuft mir nicht direkt weg deswegen wollte ich den für die Kette benutzen so mache ich hier mal so ein Pünktchen mir hin ne ihr seht schon ich weiß nicht ob man das sieht naja der hat halt eine Geltextur wartet mal ich will das mal dran ich weiß nicht ob man das sieht wahrscheinlich nicht ja auf jeden Fall ist er halt geltextur dann kann man sich hier die Kugel da schön rein drapieren und dann hier gucken wo man die Lichterkette halt hin haben möchte und das dauert jetzt eine Weile ne so machen wir hier nochmal ein Böbelchen hin das gibt es auch von anderen Herstellern ich meine Ugo hätte auch sowas in der Art das nennt sich dann glaube ich keine Ahnung Ultra irgendwas ja also den könntet ihr dann auch benutzen wenn ihr möchtet so und das muss natürlich dann dementsprechend alles trocknen dann kann man weitermachen so jetzt gucken wir halt ob wir die Kette einmal so rum schwingen lassen also quasi da ist der Anfang also quasi dann so oder ob ihr halt sagt ihr macht lieber ein Zickzackmuster da müsst ihr dann gucken wie ihr dann mit den Perlen hinkommt da habe ich mir jetzt nämlich keinen Plan gemacht bin ich ehrlich ne weil ich glaube ich mache lieber das Zickzackmuster finde ich schöner so gehe ich jetzt hier in diese Lücke rein ne weil da bietet sich das nämlich an das ist jetzt meine Schere so zack und auch das kleben wir dann dementsprechend fest so und ich würde jetzt sagen ich mache jetzt mal hier mit der schicken Kette weiter und dann sehen wir uns gleich zum Ende hin wenn ich quasi fast fertig bin und dann zeige ich euch den Rest noch wie ich das alles mache ich würde sagen bis später ihr Lieben so ihr Lieben der Kleber ist endlich getrocknet das heißt ich kann euch jetzt das Ergebnis zeigen und zwar sieht das Ganze so jetzt so aus ihr könnt sehen ich habe das Ganze nochmal ein bisschen umgearbeitet also die Bubbles hier habe ich nochmal anders drapiert weil das hat mir dann doch nicht so richtig gefallen deswegen sitzen sie jetzt anders aber war nicht schlimm weil der Kleber war noch nicht richtig angezogen und ich habe dann einfach die Klebereste ein bisschen weg gemacht vom Draht war also kein Problem die Ketten selber hier die Perlenketten die habe ich jetzt nicht komplett festgeklebt das heißt wenn ihr das euch hinstellt dann habt ihr hier so so richtig schönes Gebaumeln und das finde ich persönlich sehr schön und ich habe dann halt die Lücken halt mit den Perlen aufgeführt was ich euch ja auch gesagt hatte ich mache das mal ein bisschen näher dann könnt ihr das besser erkennen weil ich habe jetzt das Handy sehr hoch hängen damit das ganze Ding überhaupt ins Bild passt also wie gesagt ihr seht hier ich habe mit den Zwischenräumen hier die Perlen reingeklebt das habe ich auch wieder mit dem Actionkleber gemacht weil da halt so schön in die Ecken auch rein läuft und deswegen halten die auch sehr gut und mir ist im Nachhinein eingefallen weil ihr habt ja wahrscheinlich alle net solche Perlen zu Hause aber die Rockhalles Perlen die kennt ihr auch diese Mini Perlen die sind momentan beim Action wieder drin im Sortiment und da dachte ich mir könntet ihr das mit den Rockhalles Perlen auch machen sind auch noch ein Ticken kleiner das heißt ihr könntet da theoretisch sogar noch mehr in die Zwischenräume rein machen wie ich schätze aber es wäre noch so eine Idee wie man das noch weiter verfeinern könnte sag ich jetzt mal was man natürlich auch noch machen könnte hier die Lücken bei den Schneckchen da könnte man natürlich dann auch nochmal so eine Perle reinsetzen wenn man möchte da hat man dann noch so einen kleinen 3D-Effekt zusätzlich für den Draht und ich finde im Ganzen ist das echt ein cooles Ergebnis geworden und mir ist noch etwas eingefallen wir haben ja beim letzten Mal die kleinen Engel hier gemacht Fokus die könnte man theoretisch auch da einarbeiten und zwar nur eine Idee muss man jetzt natürlich nicht machen wir haben ja hier immer diese Enden die kann man sich quasi umbiegen und dann quasi als kleine Halterung machen für die Engel dann habt ihr hier noch so Engel drinnen hängen ne nur mal so als Idee dafür sind jetzt aber bei mir die Bubbles zu groß das sieht dann ein bisschen doof aus wenn ich da jetzt so viele Engelchen da rein hängen würde wobei sehe doch vielleicht auch ganz cute aus oder egal ich mache das jetzt nicht anders aber so als kleine Idee ihr könnt da auch theoretisch noch andere Perlen arbeiten man könnte auch auf die Enden jetzt noch andere Perlen draufstecken oder in die Zwischenräume halt wenn ihr sie ordentlich reinsetzt auch so etwas größere Perlen das geht natürlich auch müsst ihr halt gucken was ihr zuhause habt da sind ja in der Fantasie keine Grenzen gesetzt und wenn es im Hintergrund hier was raschelt Mietekatzen drehen wir am Rad Herrschaften wollen wir spielen so und was mir noch einfällt für alle Fans von Weihnachten hier oben werde ich euch die Playliste verlinken zu den anderen Weihnachtssachen da sind auch die Anleitungen für den Engel dabei und sowas alles dann habt ihr da noch ein bisschen Inspiration vielleicht für ein bisschen Weihnachtsdekoration wer jetzt noch was machen möchte und noch nicht genug gerade weil das Ding kommt jetzt nämlich auch bei uns ins Wohnzimmer als Dekoration da freue ich mich schon total drauf ja ihr Lieben ich hoffe die Idee gefällt euch und ich hoffe ich sehe auch ein paar Leute die das nacharbeiten denn ganz neu für euch als Info ich habe eine Facebook-Gruppe aufgemacht damit wir uns da einfach mal austauschen können weil über die Kommentarfunktion ist klasse aber ihr könnt in die Kommentare halt keine Bilder posten und das ist immer doof weil ich will auch mal sehen was ihr so cooles macht aus meinen Inspirationsvideos deswegen habe ich die Gruppe für euch erstellt und die werde ich euch auch unten natürlich verlinken und ansonsten sucht ihr einfach bei Facebook nach der Elfenwelt das ist dann kreatives Malen, Basteln und Drahten im Endeffekt da ist jeder willkommen der irgendwas Kreatives macht also es muss nicht nur Draht sein ihr könnt malen, ihr könnt basteln deswegen halt auch extra der Titel weil ich möchte von euch allen was Tolles Kreatives sehen und davon gibt es einfach zu wenig finde ich so, das war's mit dem Wort zum Sonntag wir haben noch nicht Sonntag, aber egal viel Spaß beim Basteln bleibt gesund, eure Sarah und Kanal nicht vergessen zu abonnieren damit ihr nichts verpasst und das Glöckchen ok ihr Lieben, bis dann, ciao